Prinz Harry, das verrät seine im neuesten Netflix-Trailer Kurz bevor der zweite Teil der Netflix-Dokumentation Harry und Mekhan am 15. Dezember startet, veröffentlicht der Streaming-Dienst zwei weitere Trailer, um neugierig auf die Folgen zu machen. Prinz Harry, 38, und Herzogin Mekhan, 41, werden in der Fortsetzung über ihren Rücktritt als Senior Royals berichten. Körpersprache-Expertin Judy James hat sich den neuesten Trailer genau angeschaut und besonders Prinz Harry unter die Lupe genommen. Sie analysiert fünf verschiedene Körpersprachensignale, die den 38-Jährigen in ganz unterschiedlichen Stimmungen zeigen. Die Aufnahmen sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, T-Sunkoog